Auf dem Markt. Regional einkaufen. Guten Morgen. Sagen Sie bitte, kann man hier Obst aus der Region kaufen? Guten Morgen. Ja, da sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben eine große Auswahl an regionalem Obst zu günstigen Preisen. Das ist schön. Ich würde gerne Äpfel kaufen. Welche Apfelsorte möchten Sie? Können Sie mir vielleicht etwas empfehlen? Gerne. Wenn Sie Äpfel zum Backen suchen, nehmen Sie lieber eine säuerliche Sorte. Wenn Sie die Äpfel roh essen möchten, dann sind die Geschmäcker natürlich verschieden. Ich persönlich esse lieber süße Sorten, wie Kaiser Wilhelm oder Rebella. Ich möchte mit den Äpfeln einen Apfelkuchen backen. Dann probieren Sie mal den Boskop. Er hat einen kräftigen, fruchtigen und säuerlichen Geschmack. Ideal zum Kochen und Backen. Gut, dann nehme ich zwei Kilo davon. Bitteschön, das macht sechs Euro. Gut, dann nehme ich zwei Kilo davon.